und damit herzlich willkommen zurück zu enclave das haus der träume mit der mission das haus der träume erwarten uns in dieser folge sind wir doch mal gespannt was wir uns als berserker mal so jetzt leisten können wir haben jetzt ja die zwillingsachs so komm nö langschwert heute mal ein langschwert daunschild kennt natürlich ab werden allerdings können wir keine rüstung tragen können uns auch keine tragen wenn wir haben wir schaffen es ja nach der mission dann uns eine rüstung zu legen zuzulegen das alte haus bis heute weiß niemand genau wer es überhaupt erbaut hat alte tagebücher besagen dass der hohe zauberer sail das buch der seelen hier versteckt hält niemand sollte soll es jemals wieder benutzen nachdem es uran das schicksal besiegelt aus der träume betrete das haus der träume und finde das buch der seelen nimm dich vor den fallenden acht hallo siehst wunderschön aus ich habe mich dort verliebt schon so früh ich sterbe gleich am anfang wow das ging schnell das ging verdammt schnell kann ich nicht dass die auch 50 schaden machen und dann dieses dauerhafte schaden keine ahnung hallo hört auf danke meine fresse und das ist gleich direkt am anfang ist doch schon mal wunderschön so will man auch spielen ja nee ist klar genau der tötet mich ich will nicht mehr mit dem schwert spielen ich habe mich so einfach nicht überlegt ich hasse mir anders überlegt hört auf mich sind komischen geräuschen geh weiter auf ich bleib weiter bei der axt wieso habe ich das jetzt überlebt oder hier kommen bis gleich so mit der axt drin diesmal hoffentlich ein bisschen bessere chancen macht auf jeden fall mehr schaden ist nicht so schnell aber was vielleicht keine ahnung besser ne alter alter die machen uns fertig jetzt direkt so am anfang das geht doch mal gar nicht so und da ab hier jetzt wieso auch immer die aufnahme nicht weiter ging bis das bild einfach nur stehen geblieben ist ähm das werde ich jetzt vor zum ende spulen und da hat er jetzt werdet ihr gleich hören was ich zu sagen habe auf jeden fall äh ich bin noch mal ins hausgang das ist für mich voll mit 50.000 fallen die an denen ich andauernd sterbe dann ist da so ein scheiß mage der mich praktisch one schottet und äh ne hä wie bin ich jetzt bitte gestorben ne 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 das war es mit dem letzten ne ne ganz ehrlich ich habe auf so einen sport so einen scheiß einfach keinen bock ne 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 sorry aber die finsternis äh das ist absoluter bullshit also ne ne keiner was da noch alles kommen mag und so ne 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 danke muss ich mir legen was jetzt nächstes für ein projekt kommen könnte ah ja oder der platz erst bleibt erstmal frei äh naja hoffe ich aber vielen dank für's zu sehen wir sehen uns beim nächsten projekt oder bei anderen projekten bis dahin tschillio gu. k tschillio k